Hey, ich bin der Max und ich bin ein Teil der Campus Crew der Hochschule Fulda. Wahrscheinlich habt ihr mich schon in ein paar anderen Videos gesehen und heute möchte ich euch zeigen, was man alles mit der Chipkarte, und zwar dieser hier, alles so anstellen kann. Grob gesagt hat die Chipkarte drei Funktionen. Sie dient als Leserausweis für die Bibliothek, als Mensakarte für die Mensa und als Semesterticket für ausgewählte Bus- und Bahnverbindungen in ganz Hessen. Aber zuerst gehen wir erstmal in die Bibliothek und ich zeige euch, was man mit dem Leserausweis machen kann. So, jetzt befinden wir uns in der Bibliothek und hier dient eure Chipkarte als Leserausweis, mit der ihr beispielsweise die Schließfächer hier nutzen könnt. Dafür haltet ihr einfach eure Chipkarte an euer Fach und schließt es entweder zu oder macht es wie in dem Fall auf. Hier sind wir in einem der drei Kopierräume der Bibliothek. Hier könnt ihr mit eurer Chipkarte drucken, kopieren und scannen. Dafür einfach eure Chipkarte hier dran halten, anmelden und loslegen. Für die Ausleihe eures Buches drückt ihr hier auf Ausleihen, scannt euren Leserausweis, gebt euer Passwort ein und legt hier euer Buch ab. Wenn ihr euer Buch nicht mehr benötigt, dann könnt ihr einfach die 24-7-Außenrückgabe der Bibliothek nutzen. Hierfür braucht ihr übrigens nicht euren Bibliothek. In der Mensa dient eure Chipkarte als Mensakarte, mit der ihr Essen und Trinken kaufen könnt. Aufladen könnt ihr diese im Haupteingang der Mensa. Falls ihr trotzdem euer Bargeld nutzen wollt, weicht einfach auf das Café Chaos oder den Foodtrailer am Campus aus. Um euch für das nächste Semester zurückzumelden, könnt ihr hier im Student Service Center eure Chipkarte verlängern lassen. Wenn ihr euch von den Kosten des Semestertickets von der Chipkarte befreien lassen wollt, dann informiert euch bitte über die unten genannte Internetseite. Falls ihr eure Chipkarte mal verliert, könnt ihr hier im Student Service Center eine neue beantragen gegen eine Gebühr. Habt ihr noch Fragen bezüglich der Chipkarte, dann meldet euch bei der Campus Crew. Tschüss!